Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute trade ich mit meinem Forex & CFD Broker NSP. Ich habe aktuell vier offene Trades. Diese habe ich am 12.10. eröffnet. Drei von vier sind aktuell im Gewinn. Das sind ausschließlich Aktien, AIG, Hilton, Hotels, Mastercard, Tesla. Neben Aktien kann man auch Währungen, Edelmetalle und so weiter handeln. Dieser Broker besitzt sieben wichtige Regulierungen. Darunter auch die sehr wichtige BaFin Regulierung. Für mein Privat- Einzelcoaching 10k pro Monat habe ich jetzt nur noch 14 Plätze frei von 50. Wer sich über meinen Link bei diesem Broker NSP anmeldet. Spart 100€. Ja, das soll es gewesen sein für heute. Bis zum nächsten Mal. Adios.